Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Wir begeben uns jetzt nach Scheuerfels. Das hier muss Scheuerfels sein. Marats Agent sollte inzwischen am Machtplatz angekommen sein. So, Marats Agenten treffen. Meridian. All diese Schnörkel und Verzierungen überall. Das ist echt peinlich. What? Die eisige Luft schneidet heute wie Stahl. Ah, da rein. Fast. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Ne, super. Finde. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Zufällig gleichgefunden. Schauen wir mal. Wohin uns diese Spur führt. Da liegt er. Das ist Marats Agent. Der Waldschläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Und ich werde vorgeschickt. Und ich werde auf Chancen kommen. Egler. So, da geht es nicht weiter. Dann umrunden wir das ganze Halt wieder. Ist man da richtig? Ja. Raus aus dem Lager. Raus aus Scheuerfels. Natürlich auch immer ein bisschen die Maschinen im Auge behalten. Oh. What the fuck? What the fuck? Oh, was der Valkan? Oh. Oh. Oh, das hat viel gekostet. Oh, da kommt es da rüber. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Leute. Ei, 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 ei. So war das nicht gedacht. Oh. 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 Der feeler. Oh. Weiß nicht. Oh. 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 Oh, jeder. Oh. Oh... Oh. 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 Oh, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Oh. Ich wollte ihn eigentlich zähmen. Oh. 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 Oh, der. Oh. 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 was an wenn wir was finden Dich umrunden wir So da gibts ein Lagerfeuer Aber leider dabei nichts zum heilen hier Weit und breit nichts Oh shit Bei denen muss man aufpassen Wie ihr ja wahrscheinlich schon in einer Folgen von mir gesehen habt Oh 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 Das sind viele Wann ist in die falsche Richtung gegangen? Merke ich gerade Gehen wir einfach darauf weiter Da führt der Pfad entlang Hier gehen wir Zu derweils Lager Zu derweils Lager Oh 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 Wir müssen uns zu Nutzer machen Ich werde vorgehen Bleib zurück bis der Kampf beginnt Okay Wir rücken nach Das ist super Die Fremden und die Maschinen erledigen Wie leichter ist das? 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 Ah 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 Wow Was wollte meine Sohn nicht? So, Leute. Das war ein Sprung, der nicht so geplant war. Und dann muss man auch wieder zurück. Dass man hier wieder wo raufkommt. Überbrücken, na klar. Das war ein Sprung. Das war ein Sprung. So, wieder ab ins Wasser. Das war ein Sprung. Das war ein Sprung. Das war ein Sprung. So, überbrücken. Auch der hier. Bier. So, da wurde ich schon brav ohne mich anscheinend gemerkt. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Ach toll. Derbald sagt, wir sollen Dreck fressen. Dreck fressen. Das war's mit dem Schleichen. So, und mit... ...diesen... ...und... ...tschau. Das war's mit dem Schleichen. Das war's mit dem Schleichen. Das war's mit dem Schleichen.